und der ist noch ein echtes team ein echtes kein falsches natürlich gibt er mir ein headshot mit es ist noch ein ganzes team Was ist das denn auf, Mensch? Oh, eine zweite. Oh, eine habe ich ja schon. Stopp doch, hä? Da muss doch irgendwo noch einer sein. Der auch noch in der Führung ist. Ja, der ist vor mir. Perfekt. 22 Kills. Sehr schön. Ja, ja. Smash. Noch ein Dego Smash. Oh, wer ist er denn da hinten? Naruto. Ah. 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 Ja. Wenn ich jetzt alle töte, könnte ich noch 30 Kills machen. Hm. Wird aber nicht der Fall sein. Ja, okay. Die erste haben schon. Ich hab mir ausgesagt. Oh, ich höre so viele Menschen. Kommt gerade her. Oh, wer bist du? Jetzt wär ich die Fröhle auf der Platform. heilige mutter marie das war ein ding hier aber mir doch ein bisschen zu viele weiß ich jetzt nicht also sind alle gestorben werde schlecht und stecken so gegen einen allein zu verlieren ich habe doch noch eine von meine kids kommen schon zu mir gelaufen oder ist das ein team nicht das war ein headshot da unten wo sind zwei tötet euch doch nicht nein 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 huch der letzte ja nur 23 kills schade eigentlich naja du hast recht du bist tatsächlich alt naja 23 kills so du wirst hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von eurem lieblings streamer und content creator t shirts turnbeutel hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht gut 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 gut